Ich frage dir eine Frage. Okay, aber wir sollten einen Schubladen halten. Ich habe mein Walkie-Talkie, falls sie diesen Weg versuchen. Bleib bei mir bis dahin, okay? Es ist der Fernbedienung zu meinem Vater. War klar. Die ganze Welt wird zerstört. Gehen wir durch diese Tür. Okay, dann lasst uns zum, äh, Chinese gehen. Nein, der Chinese war nicht am Fenster. Ach, was so ist, das werden wir gleich sehen. Loading. Ich habe noch ein bisschen Süßigkeiten. Ich glaube noch einen Schokoriegel habe ich. Und eine Fernbedienung. Okay, Clementine hat schon den Schokoriegel und ich komme hier nicht vorbei. Na dann, lasst uns gehen. Batterien habe ich nicht gefunden. Dann reden wir mit dem hier mal. Wie geht's? Gut. Willst du einen Schokoriegel aussehen? Ja. Lass uns einen Schokoriegel sehen. Okay. Okay, jetzt müssen wir aber auf jeden Fall den Schlüssel uns holen, oder? Oh, viele Untote. Gucken wir uns noch mal genauer hier um. Dort hinten ist... Hm. Aber Waffen könnten uns nicht schaden. Hey, Mann. Was machst du denn? Wir können uns nicht mehr darüber nachdenken, wenn die Schlüssel rauskommen sind. Für sicher. Das war gerade total los. Mit der Fernbedienung versuchen, das Ding hier aufzumachen. Alter, ja. Komm, wir tun den mit der Fernbedienung steuern. Ja. Ja. Jetzt müssen wir alle hinlaufen, oder? Ja. Der hat einen schönen Kopf. Der gefällt mir. Ja. 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 Das ist nicht genug. Hm. Kann ich das Ding nicht einfach kaputt machen? Mann. Okay, ich kann es immer noch nicht nehmen. Äh, na, 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 na. Hey, Mann. Was machst du denn? Wir können nicht mehr darüber nachdenken, wenn die Schlüssel rauskommen sind. Für sicher. Okay. Die TVs sind auf. Und ich bin sicher, dass sie viel Ruhe hinter dem Glas machen. Okay. Dann lass uns reingehen und schauen, was wir sonst noch so finden können. Okay. Okay. Gucken wir mal, ob wir doch noch Batterien finden. Eigentlich könnten wir die Batterien von der Fernbedienung nehmen. Für das Radio. Damit kann man sicherlich auch noch irgendwelche Viecher anlocken. No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead cards. Snacks. Na. Hallo. Ach, man kann hinten auch noch hin. Schön zu wissen. Dann danke für den Snack. Batterien waren das? Was machen Batterien bei Süßigkeiten? Ach, seltsame Welt. Seltsame Welt. So, ah, da ist sie doch. Oh, lass mal das Ding hier. Ahem. Great, danke. Dankeschön. So, ich repariere es kurz. Oder darf ich nicht? Ich habe das remote in dem Office gefunden, aber ich bin ziemlich sicher, dass die Batterien nicht fit. Es braucht die großen, schmacken. Ja, diese sind nicht gut. Hm. Ich schaue immer noch Batterien für den Tag. Danke. Ich empfehle es. Okay. Okay, wir brauchen also noch eine Batterie. Dann schauen wir uns ein wenig um. Hm. Bilder. Junge. Mann. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass dann in dem Raum dort hinten noch irgendeine Batterie lungert. Aber sicherheitshalber schaue ich hier noch ein wenig. Ne, dann gehen wir mal in den Hinterraum. Da gibt es doch sicherlich noch irgendetwas. Clementine muss uns natürlich folgen. Das ist der perfekte Ort für ein kleines Kind. So, nehmen wir mal das Bild hier. Was? 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 Ähm, nichts. Nein, nichts. Ich weiß, wer du bist. Ich bin Lee Everett. Du bist eine Professorin in Athens, der unbekannte Staatsanwalt, der mit deine Frau schnäuert. Das ist deine Elternkarten. Leute, die in der Stadt wissen, dass der Begründer sein Leben-Sentenzen hat, aber ich bin ein Reporter für WABE in Atlanta. Ich habe mich auf diese Begründung bezahlt. Vielleicht bist du ein Mörderer, aber ich bin nicht wirklich interessiert. Frankly, das ist eine Konsequenz, die in Hand kommen könnte. Hast du jemanden, wer du warst, oder dass du dich an diesem Ort beteiligt hast? Hm. Aber Kalübze interessiert. Wer ist, wer ich bin? Wenn du nicht, dass die Leute keinen Grund finden, dich auf dich zu schreien, besonders wenn die Scheiße auf den Fan fängt, dann bist du verrückt. Was auch. Du bist ein guter Mann, und die letzte Sache, die wir brauchen, ist drama. Du hast diese kleine Mädchen, die zu schreien. Schau, nicht mich falsch auf das. Ich habe nicht gedacht. Gut. Denn wenn das dauert länger als ein paar Tage, und du bist ein Detrimmant für die Gruppe, dann haben wir ein Problem. Ich verstehe. Ich werde es nur für mich selbst halten. Danke. Danke. Okay. Nee, Fernseher will ich nicht einschalten. Ich brauche Batterien. Ähm. Sind hier Batterien noch drin, außer Verbandszeug? Glücklich ist es nichts, was ich hier brauche. Okay. Schade. Mann, ich will endlich durch diese Tür. Die Kieze sind auf dem Zombie, aus der Straße. Ach. Was hat die zu sagen? Die kleine Clementine. Ähm. Ach, kommt Scheiß drauf. Okay. Der Finger ist unnötig. Danach brauchen wir nicht fragen. Will ich zurück in die Drogenstelle mit mir? Okay. Lee? Ja? Du bist nicht schlecht, oder? Ähm. Warum hast du mich das gefragt? Die Frau sagte, du hast jemanden töten. War das, weil er eine der Dinge, die dich zu essen wollte? Ähm. Ja, weil jemand mich essen wollte. Und du musst dich selbst beschützen. Das ist richtig. Oh, okay. Hm. Wir brauchen... Ah, da liegt irgendwas. Ja, endlich. Die zweite Batterie. Dachte, haben wir gesucht. So. Wir nehmen sie und sind zufrieden. Du solltest jetzt arbeiten können. So, gib mir das Teil. Es funktioniert noch nicht? Ja, ich kann es nicht herausfinden. Lass mich mal schauen, dass das Ding. Geh' auf. So. Jetzt bin ich hier, der Profi. Ich kenne mich mit sowas aus. Okay, Powerknopf. Der funktioniert nicht. Äh, komm, wir gucken mal nach hinten. Dann wird's das Volumen auch nicht sein. So. Ähm. Okay, kann es sein, die hat die Batterien falsch reingesetzt? Und das soll eine studierte Reporterin sein? Na, wer's glaubt, ne? Heh. Als ob die Journalismus studiert hat. So, mach das Ding zu. Die blöde Tussi. Haha. Warte, nein, zurück. Die Antenne können wir auch hoch tun. Das schadet vielleicht auch nicht. So. Ah, schön lang. So. Und jetzt klicken wir auf Power. Weißen, ob's funktioniert. Wie seht ihr? W-A-B-E-R-G-Zu Stay indoors. And avoid any contact with individuals you suspect may have been exposed. The station is okay. In the event of a full... Oh, uh, uh, my producer is telling me we have to get off the earth. Steve. W-A-B-E wishes you and your loved one God bless you, Oh, Gott schütze euch alle, Amerika. Ähm, bist du okay? Hm, really? Okay, chill out, man. Wie geht's? Gut. Willst du nachher schauen? Lass uns nachher schauen. Okay. Mann, brauche ich lange, bis ich hier mal rauskomme. So, was hat er denn noch zu sagen? Ja, können wir nicht mit der Batterie einfach lauter stellen, die Fernsehdinger? Alter, wieso? Nimm das doch einfach und schlag das Glas kaputt. Das ist doch das, was du wolltest. Oh, Mann. Okay, let's go. Sesam, öffne dich. Hat nicht funktioniert, schade. Na dann, lass uns zurückgehen. Ja, 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 ja. Okay. Okay, dann suchen wir den Code. Irgendwo müsste dieser Code sein. Hm. Also ich glaube nicht, dass einer von den Leuten den Code weiß, aber vielleicht irgendwo auf einem Bild oder so. Äh, erscheint nicht so. Nein, ich bin sorry, dass dein Freund von den lebenden Karten getötet wurde. Ähm, vielleicht hier. Gibt's hier vielleicht den Code? Ach, anscheinend nicht. Ich erinnere sie nicht sehr gut. Okay, talk to Carley. Wer ist denn nochmal Carley? Ich bin so vergesslich. Ey, bist du Carley? Ne, Kenny, Chugga Chugga und Duke. Ente. Wie kann man sein Kind Ente nennen? Wo ist denn dieser Carley? Oder die Carley? Das könnte die Reporterin sein. Äh, na. Ich sollte vielleicht besser aufpassen. Du hast dich gut behandelt. Hm. Really? Ich bin ein Disaster. Ich kann nicht sagen. Meine News Editorin war etwa fünf Meter weg von mir. Und ich würde sie sein, wenn es nicht für den dorken Mann auf der Seite war. Ich bin sorry. Sie war ein Bögen. Aber, you know. Ja. Hm. Das Mann hat dich geschaut? Ja. Kannst du das? Those Creeps, or Ghouls, or whatever the hell they are. They were pulling our van apart, and that guy, Doug, just came to the rescue. You can never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose. He's kinda cute. In that parent's basement sorta way. Huh? Huh? Oh, nothing. You ready to head out? You got it. You? Yeah. Let's go. Okay. Lass uns rausgehen. In die Ecke. Der Loading-Bildschirm. Shit. Get down! Ein Footballer. Von der High School. Did you see that? I sure did. Be ready to shoot. Guys. Oh, man. I'm glad you're here. Jesus, Glenn. Hey, da ist auch Glenn, wie in der Serie. Can we get out of here, before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go. Now. Listen. I was out here looking for gas. And then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked, and she got frightened. I was trying to get in and help her, and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me, and I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can't. You guys are suicidal. Over a girl. I'm saving her. With or without you. Think about it if it was you. Oh, Glens Freundin retten. Vielleicht ist das hier die Vorgeschichte von Glenn. Hmm. Wäre auf jeden Fall interessant. Viele Zombies. Motel. Ah, das ist so das typische Aussehen von einem Motel, oder? Okay, this is the plan. We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room. Yeah, it's boarded up. So we have to kill every one of them in here. Quietly. Noise attracts these things. Now let's have a look around. Oh, ja. Und was dort geschieht, sehen wir im nächsten Part bei The Walking Dead. Wenn ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Also, macht's gut, Freunde. Tschüss. 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 Tschüss.